damit herzlich willkommen zu einer kleinen room tour hier aus amsterdam ich befinde mich gerade in amsterdam wegen einem konzert und ja ich zeige euch jetzt mal kurz mein kleines aber sehr feines zimmel und wartet mal so hier haben wir einmal der door hier haben wir hoffen wir lichtschalter eine steckdose das keine ahnung das ist klimaanlage da haben wir hier so einen spiegel hallo spiegel ja hier haben wir das water aber ich kann eben schon duschen waschbecken toilette hier duschen füllen steckdose noch mal so hier ist dann aber der kleine aber feine kleiderschrank hier haben wir das alles noch ein kleines nachttisch dingstag bumstag hier eine lampe hier auch noch mal licht in der bad hier in meinem laptop ähm das ist so eine midi bar da war nur das hier drinnen kaffee maschine ja wahrscheinlich so ein wasser kocher hier ist eine bank hier ist ein fernseher und man sieht wahrscheinlich jetzt gerade nicht äh wie viel sieht so gerade aus hat ja noch nicht viel los ich sehe da schon fast gar nichts äh zeige euch nochmal wenn ich mal wenn es ein bisschen heller wird weil ich bin hier direkt am wasser und ich sehe mal hier fährt natürlich dran und ja ich mache schon mit weil im siedel gehe ich nämlich äh schon los hier aus dem hotelzimmer und hoffentlich ist da schon hell und dann würde ich sagen sehen wir uns später tschüss tschüss